Hallo meine Lieben, heute stelle ich euch Kameratweaks für den iPod Touch für das iPhone oder das iPad 4. Da gibt es zum Beispiel das erste Slow Pro, da könnt ihr halt Zeitruppe filmen. Das zweite ist Timelapse, da filmt ihr dann den Zeitraffer. Und das dritte nennt sich Touch-Retouch, da könnt ihr störende Objekte aus euren fertigen Fotos entfernen, zum Beispiel wenn Radfahrer nicht spielen fällt oder so, den könnt ihr dann einfach rausschneiden. Das ist ganz praktisch und ich zeige euch dann auch noch Beispiele. Und jetzt starten wir einfach mal. Gut, viel Spaß. Gut, jetzt stelle ich euch einfach mal Slow Pro vor. Gut, hier seht ihr schon dein fertiges Video, da habe ich meine Hand gefilmt. Ja, da seht ihr schon normales Video 9 Sekunden und jetzt ist es 20, also es ist langsamer geworden. Ja, okay. Jetzt hier sieht man nicht so heftigst viel. Ja, ich zeige euch jetzt dann auch gleich noch ein Beispiel. Das zweite ist Timelapse. Gut, da geht ihr einfach drauf. Und dann seht ihr hier schon so, ja, da könnt ihr einstellen was fest ist und dann könnt ihr das andere sozusagen für wieviel Speed es hatten soll, wie lang das dann das Ausgabe-Video ist. Ja, mit jeweils dem, das was ihr einstellen könnt, so verändert sich das andere. Gut, wenn ihr das dann so eingestellt habt, wie ihr es wollt, geht ihr einfach auf Next und dann auf Frame Start. Gut, das mache ich jetzt nicht. Ja, und jetzt zeige ich euch noch ein Beispiel. Gut, das dritte ist Touch Retouch. Da habe ich jetzt ein Testbild gemacht von einer Wand mit Lampen. Wenn ihr jetzt die Lampe ausschneiden wollt, macht ihr hier zum Beispiel mit dem Lasso einen Kreis drum. Da wird es so rot und dann geht ihr hier auf Los und das Bildbearbeitung und dann ist die Lampe weg. Funktioniert eigentlich ziemlich gut und sind auch selten Fehler drin. Gebt hier noch den Pinsel, den könnt ihr hier die beliebige Größe einstellen. Nehmt jetzt mal kleiner und machen noch die zweite Lampe weg. Da oben rechts seht ihr immer so ein kleines Bild, das seht ihr ganz genau, wo ihr gerade seid. Gut, und dann wieder auf das Startsymbol, Los und weg ist es. Gut, dann hier noch die dritte Lampe. Wir machen auch noch mit dem Pinsel weg. Gut, einfach drauf. Und dann tut das da so einfach rot machen, markieren und los. Und dann ist es weg. Wenn ihr jetzt mit einer Einstellung nicht zufrieden seid oder was zurück haben wollt, ja, dann geht die hier einfach auf oben diesen Zurückpfeil und dann werden eure Sitzungen zurück gemacht. Ihr könnt auch, wenn ihr das jetzt wollt, zwei gleichzeitig weg machen. Also die Markierung geht nicht weg. Ihr markiert jetzt hier die eine Lampe, markiert die andere und klickt dann auf Los. Dann werden beide gleichzeitig gemacht. Ja, gut, das war's. Finde ich eine ganz lustige Anwendung. Ja. Und, ja, das war's. Also, ich bedanke mich wieder, dass ihr mein Video angeschaut habt. Ja, wenn ihr Fragen habt, Wünsche, Antriebungen, weitere Programme gefunden habt, mit denen ihr die Kamera vom iPod, vom iPhone oder vom iPad verbessern könnt, schaut's einfach in die Kommentare runter. Das würde uns alle interessieren. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, einfach einen Daumen hoch. Das wäre echt cool. Und ein Abo, wenn ihr auch weitere Videos von mir sehen wollt. Gut. Dankeschön. Bis zum nächsten Video und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.